Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails. Die nächsten drei Folgen mit Snowhoof. Ich weiß, eigentlich hätte Dragon's Soul noch eine weitere Folge gebraucht, aber das passt jetzt halt gerade so gut, wenn ich jetzt heute Sonntag, Montag, Dienstag bis zum nächsten Update das nächste Pferd mit reinnehme. Deswegen habe ich ausnahmsweise bei Dragon's Soul mal eine Folge gestrichen. Ja, und jetzt ist wieder Fjord die Zeit. Ich habe den kleinen Snowhoof dabei. Ich reite ihn ja sehr, sehr gerne. Bin unterwegs mit Reiten 44, Pflege 24, 37 Befehl und 29 Springen. Und Snowhoof hat 29 Stärke, 23 Disziplin, 28 Geschwindigkeit, 17 Ausdauer und 22 Agilität. Wir reiten heute in Firgrove mit und jo, dann wollen wir doch mal schauen, wie wir uns schlagen. So, und auf geht's hier in Firgrove. Regnet's jeden Tag. Immer zu den Championatszeiten. Der Regen, den wir tatsächlich auch mal bräuchten in Deutschland. Ich meine, ich bin ja ein Sommermensch. Ich liebe den Sommer, aber für die, für die Natur wäre ein bisschen Regen definitiv mal was Feines. Wenn es mal regnet, dann tröpfelt es mal für fünf Minuten, weil es so tut, als ob es gewittern würde und dann tut es das halt doch eben wieder nicht. Oha, ich komme hier mächtig in Schlingern. Bislang läuft es gut, aber hier sind noch ein paar Stellen, wo ich doch auch häufiger mal faile. Boah, da springe ich lieber, als dass ich dann hinterher womöglich hängen bleibe, weil ich doch die Kurve nicht bekomme. So. Gutes Rennen bislang. An manchen Stellen bin ich ganz so perfekt rumgekommen, wie es schön gewesen wäre. Aber es ist der zweite Platz. Sehr gut gemacht, Snowhoof. Ja, ich reite definitiv die Fjordis immer noch sehr gerne in Championaten. Ich sag's ja immer wieder. So. Dabei gewesen sind Rosalie, Slow, Gran, Adriana, Candle Lake, Nova Southburg, Linea, Papi Road, Abby, Rainland, Lara, Dornyard, Corinne, Bluehill, Lana, Rainhand, Albertina, Zebrafoot, Astrid Schiweb und ganz besonders herzliche Glückwünsche hier an Platz 3, Katharina River Park. Auf Platz 2 reihe ich mich ein und ein hartes Rennen auf dem Appaloosa gewonnen, die Victoria Wystone. Ja, herzliche Glückwünsche auch an alle anderen Platzierten. Ich zeige euch jetzt gleich noch eben die Schleife des zweiten Platzes beim Fergrove-Championat an Snowhoof. Die hat sich die kleine Fellkugel wirklich verdient. Also dann, ich verabschiede mich schon mal und morgen geht's dann schon ein Wiedersehen mit Snowhoof. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020